M-S-S! M-S! 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 Mann, du bist so ein Idiot! Eine Fammer aus! Daniel, ich hab sie gefunden! Ich hab sie gefunden! Kamera auch! Christian, was ist denn das? Lass ihn minzen gehen! Michael, jetzt reicht's für die Tür! Nein, ich bin nicht, sie muss nicht... Herr jetzt, in die Hand! Ich bringe jetzt dafür, was, ich hab sie gefunden! Mann, mach's wohl mal! Sprechen die eigentlich... Nein, ich weiß nicht! Sprechen die Dinger eigentlich! Nein! D-stand, Daniel! Du weißt schon, dass das Ding da drin keine Luft bekommt. Wenn du das nicht machst, das heißt du uns da. Ich möchte erst mal die Hand nehmen. Boah, Michi, hör doch mal auf. Boah, mach doch einfach so. Nee, die soll gleich nicht rauskommen. Die haut doch ab. Die haut ab. Die kommt hier gar nicht raus. Jetzt traut er sich nicht mehr. Jetzt film mal. Ja, jetzt hier vorne. Die Mareika hat noch mal Kegeln. Er hat sie. Er hat sie. Hey, warte, halt die Hand da drauf und dann dreh das Teil um. Boah, ist das widerlich. Nee. Du hast 2 Euro gerettet. Jo. Er hat sie, er hat sie. Hey, hey, stünd, hey, stünd, hey, stünd. Ja, komm, los, 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 los. Es schön. Nehmt uns aus. Ha, 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 ha. Bäh, weiter. Hau. Ja. Ja. Yon, der war ja.